Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mifcom, weil das so gut angekommen ist, mit dem New World Gaming PC Core i5 11400F minus RTX 3060, das sind einfach nur die technischen Daten, für 1449 Euro. Zuallererst zu dem Bild, ja, ob das jetzt fake ist, kann ich gar nicht so sagen, es ist ganz normaler RAM verbaut mit der RGB-Beleuchtung, das stimmt auch so, das Gehäuse stimmt auch, die Grafikkarte, gut, das kann natürlich jede x-beliebige sein, der Lüfter, der leuchtet hier natürlich nicht rot, der ist ganz normal schwarz, aber ansonsten sieht das soweit eigentlich ganz gut aus. Klar, das Netzteil passt auch nicht, hier ist sogar ein besseres drin, aber so als Beispiel ist das vollkommen in Ordnung. Das Gehäuse ist ein Aerocool Bolt Acrylfenster. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist ein Acrylfenster, es ist kein Glas, kein Temperate Glass, sondern einfach nur Plexiglas, so wie ihr das vielleicht auch kennt. Das Gehäuse an sich, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es immer so ein bisschen billig, auch was Kabelmanagement und so angeht, nicht so viel Platz. Klar, ihr habt mit dem Kabelmanagement jetzt nicht so viel zu tun, weil das Ding fertig gebaut zu euch nach Hause kommt, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn ihr hinterher noch erweitern wollt, sagen wir, ihr wollt noch Festplatten und so einbauen, dann wird es schon ein bisschen knapp mit der Kabellage. Ansonsten reicht das Gehäuse in dem Preissegment erstmal aus. Das hat auch hinten schon einen Lüfter vorinstalliert, der nicht RGB-beleuchtet ist. Grafikkartenlänge maximal 355 mm, da bekommt ihr natürlich die meisten gängigen Grafikkarten rein und wenn ihr irgendwann richtig Geld in die Hand nehmt für eine 2500 Euro-Karte oder ähnliches, dann nehmt ihr auch ein anderes Gehäuse, ganz klar. Und das kostet 39,90 Euro bei Case King. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i5-11400F. Ja, ein ganz normaler 6-Kerner, kann man ungefähr gleichsetzen mit einem Ryzen 3600 oder 5600, wie ihr wollt. Klar, der 5600er würde von der Generation her besser passen, hat eine TDP von 65 Watt, was auch nicht sonderlich viel ist. Ich persönlich sage immer, zum Streamen, also wenn ihr unbedingt streamen wollt, nehmt einen 8-Kerner. Da fahre ich persönlich besser mit. Wenn ihr natürlich versuchen wollt, mit 6 Kernen bzw. 12 Threads zu streamen, müsst ihr ein bisschen darauf achten, welche Spiele ihr nehmt. Nehmt ihr ein sehr CPU-lastiges Game, dann könnte das ein bisschen knapp werden, wenn ihr über CPU rendern wollt. Ansonsten rendert über die Grafikkarte, ist zwar auch nur, in Anführungsstrichen, eine 3060, aber für die meisten Spiele wird es noch reichen. Aber ich würde denken, ah, New World, das Ding heißt ja New World, wenn New World streamen wollt oder Far Cry 6 so ähnlich ist, wird das schon ein bisschen knapp. Zum Zocken reicht das natürlich völlig aus. Unterstützt offiziell 3200 Megahertz RAM, den kann man auch ein bisschen höher betreiben, aber 3200 ist halt die Spezifikation von Intel. Und der kostet 152 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B560M Tomahawk WiFi. Ach, endlich kein Mikro-ATX-Board. Ich bin so happy, weil in dem Preissegment sieht man wirklich sehr oft Mikro-ATX-Board. Es ist ein großes Board, man hat eine Menge Erweiterungsmöglichkeiten, da gehen wir jetzt auch noch weiter drauf ein. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier vorne könnt ihr eine SSD reinbauen, die wahrscheinlich auch hier schon verbaut ist. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD verbauen. Hier zum Beispiel eine Capture-Karte, WLAN-Karte, was ihr gerne möchtet, genauso wie hier. Und hier unten könnt ihr noch eine M.2 SSD verbauen, wenn ihr das möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit TOS-Link, WLAN, Bluetooth, USB-C 3.1, USB 3.0, 4x, USB 2.0, 4x. HDMI-Displayport werdet ihr hier nicht verwenden, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und hier habt ihr noch einen Netzwerkanschluss. Alles in allem ein sehr gutes Board in dieser Preisklasse, immerhin auch kein Micro-ATX. Sie hat sehr viele USB-Anschlüsse, sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten. Und glaubt mir, ihr werdet diese USB-Anschlüsse brauchen. Mauspad-Beleuchtung, Tastatur, die Maus selber, eventuell noch ein Elgato Stream Deck. Dann habt ihr irgendwelchen Kladderadatsch noch da für irgendwelche Sticks oder so. Also das ist wirklich vonnöten, finde ich. Also ich brauche wirklich immer sehr viele USB-Anschlüsse. Und das kostet 170,55€ bei Mindfactory. Dazu wollte ich noch eine Sache sagen, und zwar ist es so, bei dem B560-Chipsatz kann man nur den RAM übertakten. Sprich, ihr könnt theoretisch sogar 3600er-RAM da drauf bauen. Die Sache ist einfach die, wenn ihr den Prozessor übertakten wollen würdet, ginge das nur mit einem K-Prozessor. Also sagen wir 11600K oder ähnliches. Da bräuchtet ihr schon Z590 für. Also ist das soweit auch in Ordnung. Als Grafikkarte bekommen wir eine NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GainWard Ghost. Also hier wisst ihr auch, was ihr bekommt. Von daher können wir ganz genau den Preis festmachen. Die Grafikkarte habe ich selber auch schon in Verwendung gehabt, beziehungsweise Lexi hatte die. Die habe ich sogar heute verkauft. Da kam einer und hat die abgeholt. Ist eine gute Einsteiger-Grafikkarte. Da könnt ihr alle Titel soweit mit zocken. Ihr dürft jetzt natürlich nicht erwarten, dass zum Beispiel Far Cry oder auch New World auf 144Hz-Monitor mit 144FPS dargestellt wird, wenn die alles auf hochballert. Das funktioniert mit dieser Grafikkarte nicht. Dann müsstet ihr schon eine etwas stärkere nehmen. Aber für die gängigen Shooter und auch AAA-Games, vor allen Dingen, wenn ihr nicht streamen wollt, reicht die erstmal aus. Wir kommen natürlich hinterher noch zu einem FPS-Test. Und die kostet aktuell 794,99€ bei Ebay. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16GB DDR4-3200MHz Corsa Vengeance Pro RGB-RAM, 2x8GB Dual Channel. Das ist sehr wichtig. Ja, der ist ja auch schon allseits bekannt. Das ist so der Standard-RAM, den fast jeder Hersteller verbaut. Also jeder gute Hersteller. Es gibt auch Leute, die verbauen andere Sachen. Aber der ist völlig in Ordnung. Benutzt sich selber auch als 3600MHz-Variante. 3200, klar, das ist die Spezifikation von Intel. Das passt eigentlich soweit erstmal. Beleuchtung hat das Ding auch. Könnt ihr dann mit IQ steuern. Und der kostet 73€ bei MineFactory. Als SSD bekommen wir eine 500GB Western Digital Blue SN550, M.2, 2400MB in Lesen und 1750MB pro Sekunde in Schreiben. Ja, das ist eine 0815 SSD. 500GB finde ich in der Preisregion schon eine knappe Nummer. Holt euch noch eine HDD dabei oder eventuell sogar direkt eine größere SSD. Also 1TB hätte ich hier schon erwartet für den Preis. Aber man kann nicht alles haben. Ich sag's euch wirklich. Also mit 500GB werdet ihr nicht lange glücklich. Und die kostet 42,82€ bei Notebooks billiger. Als Netzteil bekommen wir ein 650W Corsair CX-F RGB Modular. 650W reichen für dieses System natürlich völlig aus. Was ich noch nie verstanden habe, ist diese RGB Beleuchtung an einem Netzteil. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die meisten Netzteile werden unten ins Gehäuse eingebaut. Und leuchten dann auch dementsprechend nach unten durch die Lüftungsschlitze. Habt ihr das Ding unter dem Tisch stehen, seht ihr davon gar nichts. Habt ihr es auf dem Tisch stehen, leuchtet es euren Tisch so ein bisschen an von oben. Totaler Quatsch. Aber gut, der Hersteller ist in Ordnung. Corsair 5 Jahre Garantie habt ihr auf das Teil, das ist auch okay. 80 plus Bronze ist schon hart. Ich hätte mir durchaus schon ein Gold-Netzteil in dieser Preisregion vorgestellt. Es reicht für dieses System natürlich aus. Ihr habt sogar noch ein bisschen Puffer. Ihr könnt hinterher noch eine 3070 Ti zum Beispiel einbauen. Das schafft das Ding dann auch noch. Es ist voll modular. Das ist auch schön. Nur ich hätte mir schon Gold-Standard gewünscht und von mir aus auch ohne RGB-Beleuchtung. Aber das bleibt jedem selber überlassen. Und das kostet 59,90 Euro bei Alternate. Ansonsten Soundkarte haben wir drüber gesprochen. 7.1 mit Tosslink auf dem Board. Dann haben wir überhaupt kein SLI. Braucht auch heute keiner mehr. Als CPU-Kühler. Be quiet Pure Rock 2 Black. Der reicht dicke aus für diesen Prozessor. Der hat natürlich, wie ihr hier seht, keine RGB-Beleuchtung, wie auf dem Bild jetzt zu sehen war. Dieser kleine rote Ring. Der ist hier nicht vorhanden. Es ist ein sehr guter Lüfter. Habe ich sehr oft verbaut. Habe ich sogar hier liegen tatsächlich. Hat eine TDP von 150 Watt. Das reicht dicke für den Prozessor. Und der kostet 36,10 Euro bei Notebooks billiger. Der ist ganz schön teuer geworden. Und da wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD. Den Prozessor. Den RAM. Die Grafikkarte. Das Mainboard. Den Lüfter. Das Gehäuse. Und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.369,26 Euro. Das System soll kosten. 1.450 Euro knapp. Das ist in Ordnung. Das System kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Es ist einigermaßen gut konfiguriert. Wie gesagt, die Festplatte finde ich persönlich ein bisschen klein. RGB-Beleuchtung muss bei einem Netzteil nicht sein. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also das System ist wirklich okay soweit. Ihr könnt hinterher auch noch eine größere Grafikkarte einbauen. Wenn ihr es so kauft, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Klar, die Grafikkartenpreise schwanken sehr stark. Es kann sein, dass die Grafikkarte dann morgen wieder 200 Euro billiger ist. Dann ist das System wieder zu teuer. Aber das steckt man leider nicht drin. Ich gehe von tagesaktuellen Preisen aus. Wir haben gerade den 18.12. Ich werde das Video auch heute Abend live nehmen. Und von daher ist das soweit okay. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen FPS-Test auf YouTube. Und zwar haben wir hier den Intel Core i5 11400. Nicht den F, sondern den 11400 an sich. Das macht aber nichts. Sie haben leistungstechnisch eigentlich keinen großen Unterschied. Mit einer 30, 60, 12 GB, wie sie eben in diesem System auch verbaut ist. Hier auch nochmal der kleine Hinweis. Hier oben haben wir den 11400F und hier den 11400. Der ist um 1% schneller. Naja, Messtoleranz würde ich sagen. Der Unterschied ist einfach der, der eine Prozessor hat keine Grafikeinheit integriert und der andere hat eine. Macht den Braten jetzt aber nicht fett. Wir haben hier mehrere Tests in Full HD, in WQHD und in 4K. Fahren wir direkt mit Cyberpunk an auf Full HD. Da liegen wir im Schnitt bei ca. 80 FPS. In WQHD sind wir bei ungefähr 70 FPS, auch auf Ultra. Und in 4K 35 FPS. Also für 4K ist das echt nicht ausgelegt. Ich würde echt bei WQHD bleiben mit dieser Grafikkarte. Dann haben wir hier Fortnite. Da sind wir bei Full HD bei 167 FPS und Ultra Einstellungen. Also episch heißt das bei Fortnite. Dann haben wir WQHD auf episch. Seid ihr immer noch bei 127 FPS. Und auf 4K 69 FPS. Dann hätten wir noch GTA 5 auf Full HD 135 FPS und Ultra Einstellungen. WQHD 112 FPS und 4K 61 FPS. Dann nehmen wir noch einen AAA Titel. Hier seht ihr schon bei Full HD. Da seid ihr bei 67 FPS auf Ultra Einstellungen. Wollt ihr jetzt noch streamen wird das ganze sehr sehr knapp. Auf WQHD 54 FPS. Und auf 4K 30 FPS. Zu guter letzt noch Call of Duty Warzone. Da seid ihr bei Full HD 127 FPS und Ultra Einstellungen. WQHD 97 FPS. Und 4K 55 FPS. Ich verlinke euch das Video natürlich wieder in der Beschreibung. Wer die anderen Games auch noch sehen möchte. Ansonsten das System ist okay. Nehmt eventuell eine größere Festplatte. Oder konfiguriert vielleicht noch eine HDD rein. Ansonsten ist das soweit okay. Das Mainboard hat auch WLAN für die die es interessiert. Ich bin persönlich immer so der Kabel Zocker. Also ich habe immer ein LAN Kabel hier über den Switch dran. Das finde ich immer sehr stabil wenn man jetzt zum Beispiel streamen möchte. Das WLAN immer so suboptimal finde ich. Das muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Gut dann vielen Dank fürs Zuschauen. Joint unseren Discord wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Bitte keine Links in die Kommentare posten. Die werden immer gelöscht. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin auf Wiedersehen und ciao ciao. Intro Untertitelung des ZDF, 2020